Moin Moin, Lars vom Lederzentrum, der Hersteller der ColorDoc Produkte. Heute Elephant. Wir haben es auch auf unseren Jacken und T-Shirts drauf. Eins unserer ersten drei Produkte, so haben wir angefangen vor 25 Jahren. Elephant war mit dabei, die Firma ist von 95, Elephant ist schon von 89. In Neuseeland entwickelt, um in einem Museum Leder vor dem Ausdrucknen, vor dem Verfall zu schützen. Warum Elephant ist eine längere Geschichte. Kommt zu einer Schulung oder trefft uns auf einer Messe, dann erklären wir das gerne. Jetzt geht es kurz darum, was ist es? Es ist ein synthetisches Fett, fast geruchsneutral, so wie man es eigentlich gerne möchte. Es ist für Oldtimer, für ältere Leder, so ab dem 8. bis 12. Lebensjahr. Also eher so ab dem 12. Lebensjahr oder eben für Cabrios, da kann man es auch schon früher einsetzen, weil es neben der sehr guten rückfettenden Wirkung hat es eben auch eine imprägnierende Wirkung. Deshalb sollte man es auch nicht übertreiben. Zwei Mal im Jahr ist für das normale Fahrzeug völlig ausreichend. Wenn man natürlich ein Fahrzeug hat, was viel draußen steht, also ein Cabrio, was viel draußen steht, dann kann man das auch öfters machen. Aber es ist vielseitig einsetzbar. Man kann es auch für Schuhe benutzen, also für Wanderschuhe, auch um die wasserdicht zu machen, um sie zu pflegen, um sie geschmeidig zu halten. Man kann Ledertaschen damit pflegen, gewachste Leder damit pflegen und und und. Also da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Es hinterlässt einen ganz schönen Glanzgrad, so ein typisches Semi-Gloss, den man ganz gerne haben möchte. Und ja, altbewährtes Produkt. Und wir sind froh, dass wir das 1989 entwickelt haben.